Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 18.03.2024 und unser DAX hat sich zum Freitag schon mal schön die Reifen warm gemacht und könnte jetzt hier theoretisch auch mal wieder weiterrennen. Wir hatten uns auf verschiedenen Ebenen bestimmte Sachen angesprochen, zum Beispiel im Tagesschart, dass diese rote Tagesschart noch nicht als Umkehrsignal zu verstehen ist, trotz dass es ein Eindrehen gesetzt hat und unser DAX auch aus diesem Punkt her guten Aufdrehen nochmal bekommen könnte und er erst wirklich ein Verkaufssignal hier im unteren Bereich setzen würde. Das war noch nicht, ist von daher so jetzt erstmal bedient worden, auch auf der Stundenebene, hat man gesagt, wenn er sich hier über der, was war das, 9.20, haben wir glaube ich gesagt, 9.20, 9.30 nach oben drückt, hätte durchaus das Zeug nochmal da oben an das Hochrand zu kommen und dann eben auch weiter. Zum Freitag geschafft haben wir allerdings nur ans Hoch oben rankommen, noch nicht wirklich weiter, hat er nochmal kräftig zurückgesetzt, sieht dann etwa nach 61% aus, was er zurückgezuckt hat, hat sich dann aber wieder stabilisiert und aufgedreht bekommen, sodass wir zum Montag hier durchaus auch neue Hochs erwarten sollten. Das heißt, drückt sich unser DAX jetzt oben raus, legt auch ein neues Hoch über 18.40 rein, würde ich dann mit rechnen, dass wir in die nächste Zone reintauchen, das ist die 18.80, 18.1.20 als eine Zone und dann kommt drüber 18.1.50 und 18.1.91. 18.1.50 auf der Ebene nicht ganz klar erkennbar, ist auf Wochenebene dann das obere Wochenband und daher sicherlich auch nochmal ganz interessant. Das sind so im nächsten Umfeld die nächsten wichtigen Unterstützungen oder Ziele und dann hat man ja gesagt, es ist ein bisschen ein weiterer Weg, bis das nächste griffige Ziel kommt, heißt aber nicht, dass das hier kein ungefährlicher Bereich ist und man hier einfach durchschlagen kann. Müssen wir aber trotzdem nochmal zurückstellen und uns erstmal angucken, wie kommt der jetzt dahin, um dann weitere Zwischenziele ableiten zu können. Ist in dem Stadium auch jetzt noch nicht so möglich. Von daher können wir eigentlich alles, was wir für den Freitag mitgenommen haben, so erstmal noch stehen lassen. Er hatte das jetzt erstmal gemacht, was wir haben wollten. Das heißt, Sachs ist jetzt erstmal noch aufwärts gerichtet. Er müsste jetzt zum Montag, um das zu kippen, mal mindestens eine 17.29 unterbieten. Unterbietet er eine 17.29, wird es ein bisschen wackelig. A wird es ohne allerdings, dass schon ein richtiges Verkaufssignal in dem Sinne entsteht. Das wird tatsächlich erst mit Unterbieten von 17.8.70 entstehen. Und wenn er die dann auch von unten nochmal bestätigt, würde sich das verdichten, rein in eine 800, rein in eine 27. Und dann könnte sich gegebenenfalls der Tagskerzen auch wieder ein bisschen eintrüben. Aber es bleibt dabei, hier ist der Aufwärtstrend noch intakt. Und solange der Aufwärtstrend intakt ist, hat man ja auch im letzten Webinar schon drüber geguckt, sind so zwei rote Tagskerzen. Wenn sie denn so klein daherkommen, wie jetzt hier aktuell auch, kein Warnzeichen, da muss wirklich ein bisschen bedrohlichere, ist eine schöne fette rote Kerze kommen, damit man hier, oder eben tatsächlich die vorherigen Grünen mal ausgekontert werden, damit man auf der Ebene dann auch größere Bewegungen nach unten ableiten kann. Aber das ist noch nicht so. Und von daher können wir hier nur sagen, der Tages-, der Tages-, nee, der Aufwärtstrend ist noch intakt, würde ich sagen. Lässt noch weitere Hochs zu. Und solange das nicht ist, ja, Punkt, belassen wir es auch dabei. Ja, Stunde somit klar. Wir haben Chancen, über 18,040 weiterzusteigen in Trendrichtung. Und Risiken haben wir unter 9,20 rein in die 8,70. Und wenn die 8,70 spricht, dann fängt es wieder an, nach unten ein bisschen offener zu werden, aber muss eben auch erst mal so eindrehen. Und so warme Flappen, wie der jetzt hat, wird das wohl gar nicht so einfach. Gut, ich würde daher hierzu machen, wünsche euch viel Erfolg am Montag, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.